So Leute, da sind wir wieder bei Half-Life 2. Aus der tollen Zitadelle. Gemüchtet und schmeckt's. Gut, anscheinend nicht so. Na, ich hab am Gesicht zu urteilen. Und wir haben jetzt auch wieder Waffen, endlich. Oh. So, und wir haben Brick natürlich. Brick. Brick. Was? Wo ist Brick? Brick. Wo habt ihr Brick hingetan? Brick, komm her. Mach Brick. Das sind diese Ameisenwürfen. Was? Da. Da, wo du reingehörst. Bitte abschleppen. Ähm. Oh, hier ist es viel zu dunkel. Das gibt's ja nicht. Mach doch mal hell. Gott. Verfruchte Kacke. Danke fürs Zeug. Bist nett. Ist's cool. So. Aber, äh, wo geht's hier lang? Hier anscheinend nicht. Ähm, da sind wir hergekommen. Genau. Da hinten ist keine Tür. Da auch nicht. Aber hier scheint's. Die gibt's hier. Was? Ich, ich seh kaum was. Das ist hier. Ameisen dürfen. Komm her, Brick. Wir brauchen nicht. Back up. Boom. Oh ja. Das kann nur Brick. Brick ist jetzt mein neuer Freund. Ich glaub ich, 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 ich erstell für ihn Forum oder sowas nicht dann. Nein. Lampe. Du bist... Brick ist total gut. Gut, dass man hier irgendwas sieht. Naja, ich seh meine Waffe. Das ist praktisch. Äh, wo muss ich lang? Hallo. Brick, komm her. Ein Truppenzug. Kannst du irgendwas, Brick, was? Was ist das denn? Das, meine Freundin nennt man so. Ein Combine-Zombie. Das ist quasi ein... Ein Zombie, stimmt. Hey. Zombie, gut. Du machst schon fast so schlechte Witze wie ich. Hör auf damit, du machst nichts. Crap. Schau raus, es hat eine Grenade. Also ich hätte dich gerne gebrickt. Aber wenn du meinst, dass Granaten cooler sind, dann... Mein Gott. Mein Gott. Dann mach halt mit der Granate. Mein Gott. Kommst du? Du bist der falsche Brick. Dann bist du. So, ich bin da schön. Wir haben die Dinge getötet. Hallo, komm bei... Ein Zombie. Komm. Wow, 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 wow. Nicht... Warte, 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 warte. Das war der... Der andere hat nichts gemacht. Der macht ja... Du blödes Licht. Du nervst mich, ey. Das ist alles so dunkel und... Kann man? Aha. Kampfgeräusche. Ja, fuck, heifer. Oh, oh, oh. Bap, bap, bumm. Jetzt sehe ich irgendwas. Wie wäre es mal... Wenn ich mal so rumlaufe. Das wäre doch auch praktisch. Hallo. Schwesttaschenhäuser. Jetzt brennt hier wenigstens. Brennt sich schon die ganze Zeit, oder? Brick. Freude ich dich mal. Was schießt du? Auf was willst du schießen? Egal. Äh, gehen wir weiter. Hier? Nein? Glaub nicht. Ähm, leider, leider, die, 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 die. Bist du schon tot? Halt die... Alza! Was willst du? Habe ich dir erlaubt? Hallo, komm. Äh. Habe ich dir erlaubt irgendwas... Willst du bitte ruhig sein? Hallo. Kopfloses Ding. Äh, G. Ich merke. Mit G. Äh, zwischen der letzten ausgewählten... Wache, bitte. Light on. Turn the light on. Warum? Komm her. Passt auch noch. Aber, wenn du dich beeilen würdest, dann würdest du auch schneller sterben, weißt du? Also, das wäre... Hm. Verstellst du? Ich hätte gedacht, ich hab das... Achso, jetzt ist das Ding... Die Tür hier offen, oder? Ja, echt, bitte. Wäre ich... So. Ähm. Wäre ich mal praktisch und eine neue Lampe am besten. Äh, so. Party. Hallo. War das... War das Giftvieh... Gift... Hässliches? Scheiße. Äh. Ja, ich rede mit euch. Ja, ihr seid es. Oh mein Gott, ich hasse euch. Ich hasse euch so abgrundtief. Nimm das, du leh. Ist schlecht. So. Also, bestimmt noch mehr. Bestimmt nicht das letzte Viech. Okay, ähm... Ach, hallo. Das ist echt. Hab ich gar nicht gemerkt. Was ist hier? Also, ich hoffe, die Sounds passen jetzt. Ich hoffe, die Schuss-Sounds. Ich hoffe, da hört ihr mich noch. Weil... Wie gesagt, denn... Äh, ist das hier so ein unendlich Spawn? Ich drehe mal dann. Also, die bitte aufhalten. Ja. Cool. Was zum... Ich will mich eigentlich verarschen, wenn das Viech mich jetzt nochmal ankrapschen. Dann... Dann wäre ich... Dann wäre ich... Dann wäre ich... Dann wäre ich... Fick dich! Nein, nein, nein! Runter! 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 Kann ich hier... Könnt ihr mal einfach die Schnauze halten, Kinders? Kann ich da nicht irgendwas drüberlegen, einfach, dass die Viecher dann nicht wieder hochkommen? So in etwa. Klappt das? Ja. Meine Fresse. Nein. Fahrrad, blockiere das. Oder... Mach. Äh... Okay. Gut, 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 gut. Bleibt das dann noch da oben, oder? Oder nicht? Ja. So kannst du gar nichts tun, nein. Irgendwann. Das ist jetzt getötet, oder nicht? Zwei, bitte. Die schwarzen waren schon die mit dem... Mit dem... Ah, sie geht nicht. Glaube ich nicht. Oh, wie ist denn? Wie ist der? Halt dich übrigens noch so. So. Oh, Hallö. Ihr werdet jetzt nicht kurz nun hier raus verschwenden, wisst ihr? Ihr seid... Würdest du bitte? Na schön. So. Ja, macht euch alle. Wow. Kinders. Kinders, 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 Kinders. Das ist das erste Mal. Komm her nochmal. Ja, war cool. Hallo? Ja. Aber... Was? Wieso? Du, du, du... ... ... ... ... ... ... Dann gehen wir, warte, wie denk ich, raus, ey, das ist ja zuerst. Warte, doch bestimmt hier irgendwo. Kade, daten, lass, das schmecken wir noch. Oder irgendwie schon. Warte, warte, Spaß, weil irgendwie, wenn man so, dann geht man da. Ähm, K5, das steht doch bestimmt für Paradies 5. Sehr doof. Ja, halt. Ähm, bitte was? Bitte? Wieso, wieso macht ihr sowas? Das ist völlig Schwachsinn. Oh, surprise, Whatsapp, ne? Wer? Wer? Okay. Ich will irgendwas zu schweben. Mäßiges. Oder? Irgendwas, verdammt. Komm. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ähm. Leben, das ist schon mal ein guter Anfang. Eidex, du schaffst das. Au. Okay, weiter, 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 weiter. Ähm, wo ist das? Leben, 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 sag ich ja. Äh, äh. Verdammt. Au. Ich piekst mich nicht. Da hoch, da hoch, da hoch. Da können die nicht hoch, da können die nur auf dem Sand laufen, oder? War doch irgendwas. Alex, jetzt lauf doch hoch. Oder soll ich was hoch? Nein, ich kann nicht. Gott. Verdammt. Okay. Ähm. Auto. Hallo, Zombie. Ich seh dich schon. Ich seh dich schon. So. Du bist doch schon tot. Na gut. Dann bist du ein Toter, das wäre egal. Äh, ich will keine Granaten. Ich will das nicht. Gescheide Waffen, männliche Waffen. So. Ähm. Hallo. Hallo. Hier. Hallo. Ähm. Da ist eine Munizierung. Leben. Das ist schön. So. Du bist ein Frick. Das ist live-Zong. Gehen wir da hoch. Schön hier lang, hier lang, da. Hier da dritten. Da dritten. Da dritten. Hier kann bestimmt so hoch springen. Da ist es schon. Ja, Alex, den ist das richtig. Also komm mal hoch oder so. Also wir. Verstehen? Ich glaub hier lang. Perfekt. Gehen wir zum Leben. Eine Tür mit ein. Was? Das ist das. Da schluss ich noch, bitte. Wehe. Ihr seid so doof, wisst ihr das? Ihr seid so verdammt doof, ich hasse euch. Ihr seid einfach nur auf der Tür und ich steh auf. Komm, ich darf. Oh, da fällt sich doch auf. Wieso auch immer ich das aufmachen muss, das hängt es mir an. Hallo. So, was hat es mir jetzt gemacht? Was hat es mir jetzt gemacht? Ha! Wo muss ich lang? Verdammte Wurst. Wo? Könnt ihr bitte auf den Kopf rein hier hochzuspringen? Das ist einfach verdammt eklig. Und wie komme ich da rein? Komm ich da rein? Was geht? Sie dürfen mir die Viecher nicht abhalten. Immer schön kurbeln. Ah. Ist es jetzt ist... Wie soll ich das machen? Ich habe keine Ahnung, wieso ich das denn merke? Muss ich das echt alles blockieren? Sind aber irgendwas bei den Eilöchern oder so? Was soll ich das denn machen? Was soll ich das denn bringen? Wie soll ich das bitte... Ich habe keine Ahnung. Ah, hallo. So. Ich kann nicht mehr laufen. Es ist schlecht. Es ist sehr schlecht. Ähm, da kommt auch noch Viech raus. So. Ach, die fallen da nur um, oder? Geht auch. So. Ich brauche noch mehr Autos. Ich brauche noch mehr Autos. Mehr Autos. Mehr Autos. Auch. Dich brauche ich. Genau. Komm her. Mach sie tot. Mach sie tot. Mach sie tot. Mach sie tot. Ja, ich will nichts sagen, aber das sind ein bisschen viele. Frash. Mach's zu. So, danke. So, jetzt roll ich die Autos noch. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist im nächsten Schritt doch nicht da noch eins. Würdest du bitte... Würde du bitte? Da, 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 da. Ah, genau. Ja, ja, ja. Okay, ich verstehe, ich verstehe. So. Bom, bom. Äh, wo ist das Loch? Da ist das Loch. So, jetzt stoppen wir mal das Loch wieder. Lodge. Bom. Krass das. Schnell, bevor die irgendwie einen Weg finden, da durchzubrechen. Och Gott, ist das behindert, ey. Das Tod. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Okay, ähm. Dann drehen wir mal am Rad. Ich höre meine Gedanken. Na ja, wäre irgendwie komisch, wenn wir sie nicht tun würden. Ähm. Okay. Ach, das ist ein Leben. Das ist, das ist schön. Ah, nein, 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 nein. Man muss auf E bleiben. Okay. Och. Danke. Und nach dem kranken Ding würde ich einfach mal sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Half-Life 2. Episode 1 und bis danner. Bis denn.